Die Gütze miteinander, ich zeige euch jetzt, wie ihr bei der Premium Care den Demo-Modus einschaltet. Als erstes lern die Maschine an. Sobald die Anzeige erscheint, drückt man die zwei, also die zweiten von aussen Knöpfe, drückt man sie miteinander rein und hält sie drauf. Und dann erscheint hier der Demo-Modus. Und jetzt ist nur noch die Sache, dass man einfach noch Start drücken kann. Und so verläuft euch das Programm. Ganz leichter. Danke vielmal und noch einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.